Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCat 7. Hallo liebe KiCat-Freunde, heute möchte ich euch noch ein paar Dinge zeigen zu einigen Fragen, die letzter Zeit in den Kommentaren aufgekommen sind. Unter anderem war die Frage, wie kann man Vias vergraben? Das zeige ich euch mal hier. Ich habe hier meine Platine geöffnet und ich füge jetzt mal hier ein Via hinzu und ich füge noch ein zweites und ein drittes hinzu. Über Rechtsklick abbrechen kann ich das Werkzeug beenden oder mit der Escape-Taste. Jetzt kann ich hier auf dieses Via draufgehen, Rechtsklick machen, Rechtsklick entweder hier Eigenschaften oder über die Taste E. Ich mache es hier mal über das Kontextmenü und wir sehen jetzt hier, dieses Netz liegt auf Ground. Ich könnte jetzt das auch auf jedes andere Netz ziehen, wenn ich das wollte. Ich lasse das jetzt hier mal auf Ground. Ich könnte es sperren, das heißt, damit wäre es nicht mehr bewegbar, so ohne weiteres. Das lasse ich auch mal und wir sehen jetzt aber hier, das ist eigentlich das Wichtig, und zwar hier einmal angezeigt als Durchkontaktierung. Ich mache das hier nochmal zu, ich gehe mal ein bisschen weiter rein. Wir sehen jetzt hier, wie es dargestellt wird. Ich gehe hier wieder mit der Taste E mal drauf, um mir die Eigenschaften hochzuführen. Das ist also jetzt Durchkontaktierung, das heißt, wenn die Platine produziert wird, wird jetzt dieses Via sichtbar sein. Ich kann das aber ändern, indem ich hier sage, als Blind via vergraben und sage jetzt, okay, Startlage soll natürlich F-Kupfer und B-Kupfer sein, also obere und untere Kupferseite. Wenn ich jetzt mehrere Lagen hätte, also noch innere Lagen, innere 1, 2, 3, 4, 5, könnte ich die jetzt hier noch weiter auswählen. In dem Fall haben wir ja hier nur eine zweilagige Platine, deswegen hier obere und untere Kupferseite. Und jetzt sage ich, okay, und damit seht ihr, wird das auch schon anders dargestellt. Und ich blende euch mal jetzt hier alles aus. Ich gehe mal alle Lagen verbergen und sage jetzt mal die F-Mask-Seite. Wir sehen jetzt hier nur noch diese beiden Vias. Das ist jetzt die F-Mask, also die Lötstopp-Maske, die hier eingeblendet wird. Da sind nur noch diese beiden Vias zu sehen. Und wir sehen jetzt hier, das dritte Via ist nicht mehr vorhanden, weil es eben jetzt mit Lötstopp-Lack überdeckt wird, weil es eben ein sogenanntes verdecktes Via ist. Ich achtet mal hier auf diesen linken Bereich. Ich blende jetzt hier wieder über rechts, klick alle Lagen an. Und dann sehen wir hier, taucht also unser Via wieder auf, um eben auch zu zeigen, dass dieses wirklich dann vergraben ist. Das geht auch natürlich jetzt, wenn ich mehrere oder viele Vias habe, geht das natürlich auch, indem ich jetzt hier mehrere antlicke. Bei Vias funktioniert das. Ich habe jetzt mal beide ausgewählt, sage hier Taste E, Eigenschaften, Durchkontaktierung. Wir wollen das hier verbuddeln. Und schwuppdiwupp ist es eben weg. Und ich blende hier nochmal alle Lagen aus und blende jetzt nochmal hier F-Mask ein. Und da sehen wir hier, dass wir nichts mehr sehen. Auch wenn ich hier B-Mask einblende, sehen wir, dass wir hier nichts mehr sehen. Während wir hier natürlich von den Bauelementen noch unsere Lötstopp-Maskenfelder sehen, die da offen bleiben. So, ich zeige es wieder an und schwuppdiwupp ist hier, sind sie also wieder da, unsere Vias jetzt als vergrabene Blind-Vias. Über Taste E, ich kann wie gesagt mehrere markieren, kann ich auch wieder zurückgehen und sage jetzt hier Durchkontaktierung. Und dann sind das wieder normale Vias. Das war eine Frage. Mittlerweile sind natürlich auch eine ganze Menge Fragen zum Thema Netzklassenbezeichner hier aufgetaucht. Also hier hinzugefügt. Wir haben ja diese Problematik mit den Netzklassenbezeichnern. Dazu möchte ich jetzt folgendes mal machen. Ich schmeiße hier mal alles raus. Wir sehen jetzt erstmal hier über unsere Einstellungen, über den Schaltplan einrichten, Projekt Netzklassen, habe ich mal hier verschiedene Netzklassen hinzugefügt. Ich werde die jetzt mal hier alle rausschmeißen. Ich schmeiße hier mal alles raus. Ich habe hier ein bisschen rumgebastelt. Das heißt also jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, sollte hier der gesamte Plan auf Default stehen. Außer hier, wo ich jetzt noch meinen Netzklassenzuweiser dran habe. Den nehme ich mal auch weg. Den schmeiße ich ebenfalls mal raus. Ich sage jetzt nochmal Plan aktualisieren. Und wir haben jetzt also einen Standard Schaltplan. Den hier hinten auch noch weg. So, jetzt haben wir also hier mal einen Standardschaltplan, so wie er eigentlich urgenär gezeichnet ist, mit unseren grünen Linien ohne irgendwelche Netzklassen. Den Weg über die Zuweisung möchte ich euch als erstes zeigen. Wir haben ja hier diesen Netzklassenanweisungsbezeichner. Den kann ich jetzt hier hinzufügen, indem ich jetzt sage, okay, ich wähle jetzt hier oder klicke hier ein Netz an. Und jetzt kann ich natürlich erst mal Folgendes machen. Ich habe ja in der Regel mehrere Netze anzuhaken mit einem und derselben Netzklasse. Das heißt, wir haben jetzt hier mal Default, Power, Tutorial und Signal. Die habe ich mir mal angelegt. Default ist standardmäßig ausgewählt. Jetzt möchte ich erst mal alles, was mit Power versorgt werden soll, hier mit diesen Power versorgen, also PWR. Dann kann ich natürlich sagen, ich möchte hier meinen Netznamen nicht unbedingt mit anzeigen, dass es ein bisschen übersichtlicher bleibt. Mein Schaltplan lasse ich den also an dieser Stelle mal weg. Und ich sage jetzt okay und füge den jetzt hier an. Ich kann mit R ganz normal das Teil bewegen. Und damit lege ich den mal ab. Ich breche mal hier das Werkzeug ab und aktualisiere mal meinen Schaltplan. Wir sehen, dass wir jetzt hier nichts sehen. Das hat den Hintergrund, dass ich zu dieser Netzklasse hier Power nichts geändert habe. Ich nehme den jetzt mal hier auf so ein hellgrün. Dann nehmen wir es mal auf blau, damit wir das auch sehen. Wenn ich das jetzt hier nachträglich ändere, sage okay, wird das also hier in blau zugewiesen. So, jetzt habe ich natürlich hier unten Ground. Den möchte ich vielleicht auch noch auf Power legen. Ich könnte jetzt genauso wieder vorgehen, wie ich es gerade gemacht habe. Das ist nicht so sinnvoll. Ich kann natürlich jetzt hierher gehen und sagen, ich markiere mir den, sage jetzt STRG C, STRG V. Dann hängt der hier automatisch dran. Und ich kann den jetzt hier auch ablegen. Und damit wird mein Netz auch hier unten entsprechend markiert. Und ich kann jetzt eben das nächste Netz, wenn jetzt noch was auf Power gemacht werden müsste, mit STRG V eben hier wieder mir den holen. Ich lege den jetzt mal hier ran und wir sehen, hoppala, abbrechen. Dann sehen wir jetzt auch hier automatisch, dass der auf Power gehen würde. Ja, soweit dazu. Ich gehe das mal raus. Ich entferne das hier wieder. Na, darf mir mal die ganze Geschichte raus. Gut, nachdem wir jetzt den Bezeichner entfernt haben, möchte ich auch etwas anderes zeigen. Wir gehen mal dazu hier auf die Netzklassen. Also das heißt, auf unseren Schaltplan einrichten-Button und dann hier auf Netzklassen. Hier habe ich jetzt vier Netzklassen mal eingerichtet. Und wir sehen jetzt hier unten die Netzklassenzuweisungen. Früher im KiCat 6 waren hier die ganzen Netze aufgelistet. Das sehen wir jetzt nicht mehr. Wir können uns die aber trotzdem zurückholen, indem wir jetzt hier unten mal auf unsere Netzklassenzuweisungen, auf unser Muster gehen. Und wir sagen einfach mal, wir geben eine Wildcard ein, nämlich hier den Stern. Das heißt, es werden automatisch hier rechts alle passenden Netze, die auf Stern angezeigt sind, dargestellt. Und ich ändere mal, das kann ich jetzt nämlich tun, hier von Default auf Tutorial. Das heißt hier auf unser Rot. Das heißt hier Tutorial, in dem Fall hier Rot mit voller Linie. Und jetzt mache ich mal OK. Und wir sehen alle Netze, die jetzt automatisch noch nicht zugewiesen waren. Also hier über diesen Netzklassenzuweiser von Power wird das überschrieben. Aber alle anderen Netze, ich gehe nochmal auf Aktualisieren, werden jetzt überschrieben. Ich nehme das hier nochmal raus. Ich lösche auch mal hier den Netzklassenzuweisungsbezeichner und sage nochmal Aktualisieren hier. Und wir sehen, da wird das hier mit Rot überschrieben. Ebenfalls hier nochmal rausgenommen mit Rot überschrieben. So, was sehen wir jetzt oder was bedeutet das? Das heißt, wir können jetzt auch hier mit dieser Funktion mehrere Netze überschreiben. Ich nehme das jetzt mal hier wieder weg und sage einfach mal, ich mache jetzt mal hier Net minus Klammer auf D für die Dioden und setze dahinter unsere Weipkart. Dann sehen wir hier die Verbindung zwischen D1 und D2 und dem K. Das ist hier in dem Fall der Anschluss von dem Widerstand. Und die nehme ich jetzt mal auf eine andere Netzklasse. Machen wir sie mal, was hatten wir hier? Nehmen wir sie einfach mal auf Power, dass wir mal eine andere Farbe haben. Und ich sage mal OK und ich zoome mal hier rein. Dann sehen wir hier, wird das auch übernommen, ohne dass ich jetzt einen Netzklassenzuweisungsbezeichner gesetzt habe. Das ist ein bisschen eine Möglichkeit, wie man vielleicht auch um diese Netzklassenzuweiser hin oder drumherum kommt. Ich persönlich würde vorschlagen oder würde sagen, man nutzt erst mal nach Möglichkeit die Default-Werte. Also Default ist ja eingestellt hier unten, setzt sich hier also Default und wählt jetzt hier eben eine Verbindungs- und eine Busbreite und eine Farbe und entsprechenden Linienstil, der, sage ich mal, für wenigstens für den Großteil des Schaltblanzes zutrifft. Und nur für spezielle Dinge wie Power oder spezielle Signale würde ich dann eine eigene Netzklasse definieren und auch entsprechend über Netztlassen Anweisungsbezeichner hinzufügen oder zuweisen. Dann hat man einfach den großen Vorteil, dass das auch eindeutiger bleibt. Wie gesagt, dieser Weg hier über so eine Wildcard kann natürlich auch dazu führen, dass man sich zumindestens mal die oder die Gesamtheit aller warnden Netze anzeigen lässt. Das erst mal dazu. Ich wünsche euch noch ein schönes 1. Januar-Wochenende. Bleibt gesund und bis die Tage. Ciao! Hier noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Kupferflächen. Ich hatte ja hier diese Platine mit einer Kupferfläche verheiratet und hatte ja dazu hier in den vorangegangenen Videos hier so eine Kupferfläche drübergezogen. Und da möchte ich euch auch noch was zeigen. Ich wähle mal hier so eine Kupferfläche aus und sage mal mit Taste E-Eigenschaften. Was wir jetzt hier sehen, ist also einmal kein Netz und Ground normalerweise. Und wir sehen jetzt hier Basic, Basis 1, 2 und 9 Volt. Das sind zugewiesene Netze. Es werden also nur zugewiesene Netze angezeigt hier in dieser Auswahl. Wenn ihr vorher noch keine Netzklassenbezeichner vergeben habt, steht dann eben hier nur kein Netz und sehr wahrscheinlich Ground, eventuell noch die 9 Volt, für den, wenn ihr eine Spannung zugewiesen habt, für Plus. Und wie kann ich mir jetzt das alles anzeigen lassen? Auch andere Netze kann ich jetzt natürlich hergehen, indem ich sage automatisch generierte Netze hier ausblenden oder verbergen, indem ich den Haken hier weg mache, dann werden alle Netze angezeigt. Und ich könnte jetzt auch diese Kupferfläche hier jedem x-beliebigen automatisch zugewiesenen Netz zuweisen. Macht natürlich wenig Sinn. Man nimmt in der Regel, nimmt man für diese Kupferflächen Ground in seltenen Fällen. Wenn man innere Layer hat, also vierlagige Platinen oder dergleichen, kann man da auch noch Pluspotenziale drauflegen. Aber in der Regel ist eigentlich oben und unten Ground zu wählen und deswegen steht das auch hier standardmäßig drin. Wenn ich hier den Haken wieder setze, sind diese nicht vergebenen oder nicht von euch vergebenen Netze wieder verschwunden. Soweit dazu. Ich denke, damit wäre diese Frage auch beantwortet. Also in dem Sinne jetzt nochmal, bleibt gesund und bis die Tage. Ciao.